So. Ja, ist ja schon mal fertig. Das ist schon mal gut, ne? Die hat's ja schon mal bösen gebracht, die Tante. Ähm, machen wir doch gleich nochmal ein paar... ...böden hier rein. Ein bisschen Böden. Dann hat sie nämlich die Hülse da drin auch... ...genockt. Hallo? Hallo? Achso. So, komm, wir haben jetzt auch ein bisschen... ...bischen Licht hinein. So, ein paar, zwei Packen. Sieht mal was, was ist hier los? Ey, hier wird ja langsam. Das ist schön. Hier wachsen und wachsen die Kartoffeln. Hm. Was macht man zur Lagerzone hier eigentlich? Mal gucken, was wir brauchen. Hm, das wird schon gespennt. Was ist das? Wo ist denn der andere? Ach, da. Die andere. Hm. So. Guck mal, holen wir das Zeug weg. Falls das nämlich irgendjemand sonst in die falschen Finger kriegt. Ähm. Wäre das, glaub ich, extremst uncool. So. So. So, dann gucken wir mal. Was machen wir denn jetzt? Wir tun dann erst mal... Ich würde mal sagen, wir bauen das erst mal so hier hin. So. So. Da könnten wir nämlich dann hier erst mal alles mit Batterien nehmen. Ja. Das wäre schon zu viel. Machen wir erst mal vier Stück. Das ist, glaub ich, erst mal so ganz gut. Ähm. Und Solarzellen setzen wir dann wahrscheinlich hier hin. Machen wir auch erst mal... Machen wir auch erst mal... Machen wir erst mal vier Stück. Vier Solarzellen. Und was ist mit der hier los? Ist die krank oder was? Keine Verletzungen. Ja, ja, das ist gut. Oh. Anführer ist tot. Ja? Ach so. Okay. Hat ja keinen Anführer, glaub ich, so recht. Kann man sich nicht einstellen überhaupt, dass wir einen Anführer oder sowas haben? Nö, nein. Nicht an, nein. Oh. das sind ja auch nur büchsen, das sind ja nur mädels, gar kein kill dabei komm mal hier schnecke, bau hier erstmal so, die drei sind ja auch fertig, jetzt haben wir die erstmal schnell hier als Bau, Heinzens, Bauer beide reinknallen lassen ah, guck mal, die Bautorn, das ist schön ja, wenn wir das erstmal gemacht haben, dann sind wir doch eigentlich ganz gut dabei, hau ich doch Produktion, wir holen uns erstmal hier in der Küche her, den setzen wir uns erstmal irgendwo hier hin würde man sagen, hier bleibt na, wie ist der denn, das nimmt Formen an so, jetzt müssen wir erstmal hier ein paar Stromkabel ok sind da Pinnen oder was ja ja Wo kommt denn der her? Ja, sind wir ja gut dabei. Jetzt machen wir erstmal hier oben das Ding hier weg, wenn wir damit fertig sind hier unten. 14 So, das läuft. Was ist denn jetzt hier los? Man baut da keiner weiter. Keine Materialien. Was haben wir denn von Materialien? Hier ist doch Stahl, oder? Ja. Komm, dann bau hier Stahl ab. Ähm, Bergarbeiter? Wo sind denn Bergarbeiter hier? Wir haben jetzt den ganzen Stahl von da oben schon verbraucht, tatsächlich. Ah, wir haben ja mal ein paar Bauteile. Das holen wir uns doch gleich mal weg da oben. Unsere Nahrung geht auch langsam zum Einge. Ich hoffe, das haut hin hier. 40 Prozent. Na gut. Verrückt das Tier. Was sind die Schildkröte, oder was? Na gut, geht uns nix an. Das ist einfach zu weit weg von uns. Da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Wo sind wir denn überhaupt hin? Hier. Juhu! Erste Balleries fertig. Gebaut. Das gibt Strom. Hier oben. So, hier oben schon fleißig gebaut. Das ist man hier. Kalkstein. Wo kann man denn jetzt eigentlich? Ähm. Kann man da jetzt eigentlich? Nein, kann man nicht. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Guck mal, wir haben ein bisschen Strom. Cool. Ähm. Wir haben noch nichts zum Kochen da. Das ist... Wir haben noch zehn Mahlzeiten noch. Äh. 55 gewachsen. Ah. Könnte knapp werden. Könnte, 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 könnte sehr knapp werden. Aber okay. Okay. Dann könnten wir halt erst mal... Hier hinten... Das mal so. Dann gibt das hier hinten nämlich dann unseren, ähm... Kühlschrank praktisch, gell? Da bauen wir dann... Die, ähm... Klimaanlage praktisch dran, dass unser Essen... Ähm... Schön frisch gehalten wird. Was ist denn das hier? Stahl. Bauteile. Oh, alles gut. Was haben wir denn jetzt hier noch an Arbeit? Mäh nur noch ein bisschen. Hier oben sind wir durch. Ja. Gut. Hm. Jetzt mal noch sechs Mahlzeiten. Hm. Sieht's denn eigentlich aus dem Stromkabel? Stromkabel ist alles gut gelegt, ne? Oh, man. Ich weiß nicht, will ich hier mal, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich... Du auf den, woherst. Oh, das ist so. Ich weiß nicht, dass du wohnen kannst. Ich bin deiner, wir gerade hier sehr verletten. Super, Herr. das liegt doch nein, da ist nicht mehr zu sein, zu viele drei dürften eigentlich reichen, glaube ich doch jetzt soll man hier als Planet hätte einen anderen Weg nehmen können er ist sich nicht sicher warum, aber er spürt, dass ich in dieser Verstoppenhunde eine große Gefahr verbringt äh, wir haben einen neuen Juhu, wir haben einen neuen wir könnten den auch jetzt nochmal hier unten sagen, es sollen eigentlich nur diese Brotteile abgehen können um um und dann